Wunderschöne Salih, Guten Morgen, Hoi miteinander. So sind wir am Montag. Schön, dass wir am Montag nicht anfangen können, wenn du dein Auto wieder hast. Danke hier dem Risi-Team für das Flicken. Tipptopp. Jetzt sieht es wieder aus. Jetzt kann man wieder fahren. Jetzt sieht es wieder hin. Also würde ich sagen, starten wir am Montag. Weil sonst sitzt es wieder Tipptopp. Seht wieder mein Neues. So wie kann es sein. Dann würde ich sagen, Schauen wir mal, ob es ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Montag ist es toll. Danke. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schauen wir mal, ob es ist. Hier ist es ganz schön. Liebe unseres hals! Musik 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 Top job Ich würde sagen nur noch binden und verreisen Nur noch ein bisschen wischen Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020